Das Hotel Achtes liegt in Afitus Attitus in Schalkidiki. Das Hotel Achtes ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 10 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,8 von 6 Sonnen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 10 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 6 Sonnen von 6 Sonnen. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 6 von 6 Punkten. Service. Der Service des Hotels ist überragend, was sich besonders in der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Fremdsprachenkenntnisse des Personal widerspiegelt. Gäste bewerten den Service mit 6 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Eine bessere Lage für ein Hotel kann es nicht geben, so sehen es die Gäste des Hotels und bewerten den Standort mit 5,7 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Wer sich sportlich ausdoben möchte und ein gutes Unterhaltungsprogramm sucht, ist in diesem Hotel bestens aufgehoben. Die Gäste vergeben stolze 5,7 von 6 Sonnen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,5 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.